Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut und ja, heute spielen wir mal Tower of Hell Hard und ja, ich hab ihn heute schon gespielt, bloß halt ohne Video einfach so privat. Und jetzt hier ganz viele Bilder eingeblendet, wo ich sehr weit oben war und ja. Genau Leute und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir fangen direkt an. Ich hoffe, wir kommen wieder so weit nach oben. Ihr habt ja gerade die Bilder gesehen und so weit oben war ich wirklich noch nie und dann, ja. Ui, könnt ihr euch schon denken, was passiert ist. Dann bin ich halt leider runtergeflogen. Hier ist übrigens so ein neues Update, wo es hier noch so ein Tower gibt, dass man halt so einen Speedarm, den werde ich jetzt halt nicht spielen, sondern wir werden den heute einfach mal ein bisschen spielen und ja. So, vorher bin ich ja gerade runtergeflogen. Das war nur ein Anfangs-Fail. Ja, wir können ja auch Shift-Log aktivieren oder wenn das so heißt. Keine Ahnung Leute. Und ja, kein Plan. Auf jeden Fall danke an diese Person hier. Sie hat nämlich heute, oder die Person hat heute meinen Kanal abonniert. Also vielen lieben Dank an dich und falls du es siehst, falls du das Video siehst oder falls du meine Videos anschaust, liebe Grüße geht auch raus an diese Person. und ja. Vielen Dank. Genau. Und wir sind jetzt schon, ja, wir sind auch relativ weit oben. Ähm, ja. So. Okay, super. Auf jeden Fall Leute, ist mir hier gerade eine Person beigetreten? Ähm, okay. So, jetzt müssen wir hier auf dieses kleine Ding draufsteigen. Oder draufgehen. Und ich hoffe, ich sterbe nicht, Leute. Ähm, weil wenn, 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 Leute, das wäre richtig ärgerlich. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Zum Glück konnte ich mich noch retten. Oh, oh, ich bin so blöd, ne, Leute. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder da oben. Ähm, also Leute, ich gehe jetzt schnell nach oben. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder hier. Ich bin jetzt nicht ganz da, wo ich runtergeflogen bin. Aber ich bin halt wieder etwas weiter nach oben gelaufen. Und genau, Leute, falls ich mich gerade nicht so glücklich anhöre, ich musste alles nochmal neu versuchen, Leute. Wirklich, ich musste, ja, ich, ja, ich, ja, ich glaube, ihr wisst, wie es sich anfühlt, wenn man runterfliegt. Und da muss man alles nochmal von vorne spielen. Vor allem bin ich da runtergeflogen, weil ich unabzichtlich auf Musik und dann auf On oder auf On gedrückt habe oder einfach da drauf gedrückt habe. Da habe ich halt den Sprung noch verfehlt. Und das ist mir immer so ärgerlich, Leute. Och, Mann. Ähm, naja, egal. Ähm, ähm, wir spielen jetzt erstmal den hier. Ähm, auch jetzt, ja, es ist was anderes. Das spielen wir einfach jetzt. Ähm, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das hier schaffen werden. Das werden wir jetzt halt einfach mal versuchen. Ähm, 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 warum sage ich Joa, Leute? Und ja, meinte ich. Ich bin einfach so schlecht in diesem Spiel, Leute. Naja, ich, ähm, das sieht jetzt einfach alles in Zeitraffer, wie ich mein Leben auffülle. Okay, Leute, meine Leben haben sich jetzt, ähm, wieder, ähm, eher gut aufgefüllt. Und das können wir jetzt ganz schön nochmal versuchen. Ähm, und ja. Okay, okay. Perfekt. Jetzt müssen wir hier hin. Ähm, ich weiß nie so ganz, was damit hier gemeint wird. Das ist super, super schwer. Ähm, naja. Okay, Leute. Ähm, 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 ähm. Okay, das ist jetzt nicht so mega nice. Ähm, okay. Auf jeden Fall ist hier sogar ein Game Pass. Danke für 5 Millionen Besucher. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Egal. Wir probieren das jetzt einfach nochmal zusammen aus. Und genau so. Das klappt doch ganz gut. So, ähm, ja. Diese Stage mag ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ah, oh mein Gott. Leute, seht ihr, wie wenig Leben ich habe? Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh Ja, sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn mein Leben wieder auf grün oder gelb ist. Bis gleich. Okay, Leute, mein Leben ist jetzt auf gelb und da kommt auch jetzt schon dieses Ding her und hopp, drauf da. Und wenn man hier runterfliegt, was mir schon manchmal passiert ist, ja, das war echt nicht so nice. Das war richtig, richtig dumm von mir gewesen, damit ich da einfach so runtergesprungen bin. Oh ja, ich bin gerade runtergeflogen. Deswegen würde ich sagen, das war es dann mit meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, tschüss.